SPOILER ALARM Ich bin bei der CIA. Willst du mich verarschen oder was? Also Klartext. Bist du dabei oder raus? Na dann bin ich raus. Fakt ist, du bist dabei. Warum fragst du mich dann überhaupt? Weil ich dachte, du sagst, ich bin drin, boah. Das wäre ein echt cooler Moment gewesen, aber jetzt hast du ihn irgendwie kaputt gemacht. Nimm die Kanone, wir müssen ein paar Leute abknallen. Einen Scheiß mach ich. Das wird dir gefallen. Wird es nicht. Ich brauch deine Fähigkeiten, um die gesamte freie Welt zu retten. Bereit? Nein! Hammer, dann los! Nein, ich sag dir nein! Ich erinnere mich deutlich gesagt zu haben, ich bin raus. Ich weiß, aber die denken, du bist drin. Am klügsten ist es, wir teilen uns auf. Weißt du, was passiert, wenn man sich aufteilt Bob? Jemand stirbt. Hey! Ich hab'n Plan. Entweder wir gehen dabei drauf oder es wird die oberfette Poser-Story cool. Nein! Nein, ist gar nicht cool. Cool. Nein, ich sag dir, ist nicht cool. Du warst der Allerkunst auf der High School. Das ist die totale Verwandlung. Du warst früher der fette Robby. Das war... Das war's.